Ich bin die Anna und bin zehn Jahre alt. Ich wollte schon immer was mit Hunden machen und da hat der Papa gefragt, ob ich da irgendwie schon mittrainieren kann oder einmal zuschauen kann. Die Anna hat einen herzzerreißenden Brief geschrieben. Das hat uns sehr beeindruckt. Dann haben wir sie eingeladen. Wir halten einen Termin mit Elli und Franz. Das sind die Leiter der Hunderstaffel. Dann haben wir uns das so ausgemacht, dass ich mal zuschauen kann. Sie war sehr gut vorbereitet. Sie hat mitgeschrieben, sie hat einen Fragenkatalog zusammengestellt. Und dann hat Elli beschlossen, dass ich mittrainieren darf. Wir trainieren ungefähr schon zwei Monate lang. Ich bin immer die Erste und ich trainiere mit ihr immer 15 bis 20 Minuten. Da hilft mir Elli dabei. Dann darf sich die Luna wieder ausruhen. Dann darf ich noch mit einem anderen Hund was machen und ja. Wir trainieren Such. Da verstecke ich mich hinter einem Baum oder so und sie muss mich suchen. Dann trainieren wir Sitz, Platz, Pfote. Dann trainieren wir noch eine Fasselbrücke. Und ja, dann trainieren wir noch viel mehr. Aber das kann man jetzt nicht alles aufzählen. Diana ist ganz geschickt und ist eigentlich ein Naturerling. Ich habe selten so Kinder erlebt, die einfach so offen auf Hunde zugehen und mit keinem Hund ein Problem hat. Platz. Der Klicker ist so eine Belohnung. Wenn man klickt, dann bekommt sie ein Leckerli. Und wenn sie mal das gut kann, dann gibt es nur den Klicker und das ist gleich. Ah, ich habe was richtig gemacht. kea Genau. serendlich minimal